So, hallo, wir machen weiter bei einem Spiel, in das ich mich Stück für Stück mehr verliebe. Ahead in Time. Das letzte Mal sind wir Link geworden. Und haben leider unsere Freundin Bartmädchen verloren, weil sie findet, dass man die Zeitgläser besser einsetzen sollte, um die Mafia zu erledigen. Wir finden allerdings, dass man die Zeitgläser eher einsetzen sollte, um nach Haus zu kommen. Aber gut. Dann ist auch noch Copycat, ja genau, Kochkatze hier im Raumschiff aufgetaucht. Mit der werden wir gleich mal reden. Und wir haben den ersten Zeitriss gespielt, was so ein Parcours-Level ist. Großartig. So, Copycat. Wie oft sage ich das noch? Kochkatze. Reparaturkosten? Ja, und jetzt? Was bist du? Reparatur... Was? Was? Was bist du? Wie kommen die eigentlich alle hier hin? You know, I expected aliens to be more green and probably with a thirst for flesh. But I guess you aliens come in all shapes and sizes, huh? Hey, ich hab immerhin mittlerweile grüne Kleidung, man. Hey, if you're looking to explore our planet, you need to understand it first. Otherwise you won't know if you're stepping on grass or quicksand. Don't know how to identify relics? Fear not. Cookin' Cad is here. I'll let you have this burger cushion relic for free. Ah, das Topping haben wir schon. Ah, ich verstehe. Das gehört zu dem anderen Teil dazu. Und jetzt lernen wir, wie wir das kombinieren, ja. You can identify this relic at the podium. If you place them on the podium in the correct order, you can make sense of it. Dafür repariere ich die Dinger. Ja, sehr schön. Mhm. Dankeschön. Das heißt, ich muss jetzt das hier erst noch reparieren, bevor wir das hier machen können, ja? Ich kann jetzt hier nichts draufsetzen. Oder doch? Ich kann ja sagen, hier das hier. Und dann das hier drauf. Ach doch, das geht schon. Du hast einen Schatz von dem komischen Planeten identifiziert. Ah, dann gibt's jetzt... Ah, dann kommt hier noch Zeug dazu. Sitzgerät... Ja, das kann man jetzt halt gut lesen. Sitzgerät der Erdbewohner. Nachforschungen ergeben, dass dies sehr weich ist. So weich, dass die einzige logische Schlussfolgerung ist, dass dies die Stühle dieses Planeten sind. Es ist kein Snack. Ich habe es versucht. Es schmeckt wie Stoff. So, so. Das heißt, wir müssen aber praktisch jeden Schatz... Für jeden Schatz kommt dann hier so ein Knubbelding. Taucht dir dann auf, oder wie? Das heißt, hier brauche ich jetzt 100. Und dann kann ich da die Eisenbahn drauf bauen. Okay, haben wir gemacht. Dann gehen wir doch jetzt direkt mal wieder zurück. Und gucken mal, was hier aufgetaucht ist. Timewift. Ah, ein neues Timewift ist das. Ja, super cool. Ach, und jetzt kann ich, wenn ich ihn einmal gefunden habe, direkt betreten. Das ist auch cool. Ah, sie haben wieder ein Zeitstückfoto. Und ich drücke jedes Mal B. Heilige Grütze. Okay, das weiß ich, wo das ist. Sagte ich beim letzten Mal auch. Aber diesmal weiß ich es wirklich. Und ich werde es auch schneller finden. Wir nehmen jetzt einfach... Ja, doch, wieder das hier, ne? Das hier ist gut. Wir müssen ja in irgendeinen Akt rein, wo wir einfach rumlaufen können. Ganz normal, ohne dass es vielleicht regnet oder sowas. Gehen wir gleich in die andere Richtung. Dann kommen wir da nämlich gleich dahin, wo wir hinwollen. Ähm... Ja, gut. Oh! Das kann ich einfach mitnehmen. Ja, sweet. Mehr Garen. Achso, außerdem haben wir im letzten Part noch den Hexenhut zusammengebastelt, mit dem ich Dinge werfen kann, die explodieren. Was cool ist. So, da ist der Typ. Da muss ich einmal durch... ...kommen. Warte mal. Achso, das ist nur... Wow. Ich kann die nicht mal aufwecken. Dadadab, dadadab, dadadab. Diese Musik ist großartig. Kann ich da rein? Pö? Aber es ist dann auf der anderen Seite gewesen, ne? Das heißt, ich schieße mich einfach einmal durch. PUSH! Das halte ich von eurer Cave of Limits und da ist es nämlich auch schon. Da ist mein Zeitriss. Gib mir den Zeitriss. Halt! Erst holen wir uns was anderes. Oh, ich kann mit dem Ball spielen. Das war nicht ganz, was ich wollte. Kann ich jetzt vielleicht auch? Achso. Na gut. Äh. Oh. Fuck. Ich stacke gerade auf dem Ball. Okay, danke. Ah, hier komme ich hoch. Juhu. Mehrgaren. Für mehr coole Dinge später. So, jetzt aber zu dem Riss. Ups. Wirklich. Was ist hier drin? Außer Glitzer sein. Oh, es sieht voll cool. Oh, warte mal. Oh, schade. Das wäre lustig gewesen. Das ist die falsche Richtung. Dankeschön. Zeitriss Koch-Mafia. Oh, das ist jetzt was anderes. Was ist das denn jetzt hier? Da oben ist auf jeden Fall was. Na, verflucht. Bevor ich da reingehe, möchte ich erstmal da hoch. Eins von se- Was? Okay. Eins von sechs, was auch immer. Finde ich noch mehr davon hier? Bevor ich jetzt da reingehe? Ne, anscheinend nicht. So, was mit dir? Hallo, little child. This is Mafia-Time-Rift. Time-Piece hit Mafia in the head. And now Time-Rift, filled with Mafia thoughts and dreams. Oh, yeah. This Time-Rift is simple. Simple like Mafia. Just how Mafia like it. Okay. Rules of Time-Rift. If you die, you start over. You need Rift Ponds to go deeper. Okay. That is all the rules. Please, dread carefully in Mafia Time-Rift. Mafia like to experience past. Das klingt ja interessant. Na dann, gehen wir mal rein. Äh. Ähm. Das sind die Rispons, ja? Okay. Achso, das heißt, ich muss die alle sammeln. Und wenn ich jetzt aber sterbe hier, geht's von vorne los. Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube schon. Das heißt, ich sollte vielleicht nicht ganz so unvorsichtig spielen. Da oben ist auch wieder was. Noch ein Rispon. Achso, jetzt... Ah, da sieht man auf dem Ding auch drauf, wie viel ich brauche. Dann will ich aber auch gucken, ob ich wieder solche Bildchen hier finde. Ist da oben drauf vielleicht was? Scheint nicht so noch. Ne. Ist dahinter vielleicht... Ah, ha, ha, ha. Siehste? Haben wir doch schon eins gefunden. Ich denke mal, in jedem Raum gibt's eines. Stell ich mir jetzt einfach mal so vor. Also, weiter im Programm. Hier brauche ich jetzt schon vier Stück. Ich könnte mir... Ne, okay. Kann ich mir nicht vorstellen. Hat sich alle liegt. Also, wir wollen diese Dinger finden. Und wir wollen so ein Bildchen finden. Achso, und die kann ich gar nicht. Die stören mich wieder gar nicht, die Kollegen. Ah, da ist mein Bildchen. Gib mir Bildchen. Danke. Ich weiß nicht, ob ich hier schwimmen kann. Lieber nicht. Die sind alle nicht gefährlich, ne? Okay. Oh, hier ist gleich das nächste Bildchen. Okay. Cool. Ah, okay. Ein paar kann ich doch auch anfassen. Aua. Wäre jetzt interessant zu wissen, ob ich hier auch Energie bekommen kann irgendwo. Oder ob das hier eher... ...mehr so energielos ist. Ich könnte jetzt schon da rein. Will ich aber nicht. Darum ist noch so ein Ding. Warum rauche ich? Achso. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt nicht noch ein Bild verpasst oder so. Es war jetzt ja schon irritierend, dass hier zwei waren. Ich dachte, es ist nie da eins. Okay, müsste passen. Gehen wir weiter. Jetzt sind wir auf dem Schiff. Ich will aber alle sammeln. Ich habe das schon verstanden, ja? Was ist bei dir verkehrt? Okay, es ist bestimmt noch irgendwo so ein Bild. Ha 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 ha. Was immer das bedeutet, eins fehlt noch. Das werden wir ja gleich rausfinden. So, und was ist mit dir los, Kollege? Du bist auch einfach nur Deko. Der Mafia-Chef. Oder, ja, der Mafia-Koch-Chef. Na gut. Next Floor. Und wahrscheinlich dann auch Last Floor. Weil, dann haben wir alle Bilder zusammen. Okay. Well. Kann ich auf, das ist schon nur da drauf. Alles klar. Das heisst, ich könnte jetzt hier schon weiter. Aber ich will natürlich erst noch gucken, ob ich noch irgendwo ein Bild finde. Weil da drüben scheint ja keins gewesen zu sein, also da drüben habe ich glaube ich keins verpasst. Kann ich hier rein? Ne. Hier hinten vielleicht? Nicht. Ah, ist jetzt irritierend, wenn man kein Bild findet. Andererseits fehlt halt nur noch eins und das hier scheint nicht die letzte Ebene gewesen zu sein. Na gut. Ich hoffe, ich habe keins verpasst. Das wäre blöd. Ups. Na, geh rein. Danke. Okay. Und da es ja eh noch einen Abschnitt hier gibt, habe ich vermutlich wirklich Aua. Vermutlich wirklich keins verpasst. Jep, da ist mein Bild. Jep, da ist mein Bild. Hä? Hä? Wo ist das? Ich habe doch da das Bild ge... Ach, da unten, ne? Okay. Lass das mal und lass das mal. Ich möchte hier keinen Stress haben. War das schon das fünfte? Ach, jawohl. Und dann kann man das hier auch liegen lassen. Nur wie komme ich jetzt... Kann ich da einfach so runter? Ah, okay. So. Wir haben sechs Stück. Keine Ahnung, was das heißt. Aber wir haben sechs Stück. Aha. Und wir sind auch am Ende angekommen. Warte. Warte kurz. Wir... Wir machen ein... Ein Foto. Ich... Und mein Freund der Zeitriss. Dankeschön. Nein, ich wollte nicht noch eins machen. Zurück. Ach ja, zurück ging so. Ach so... Oh, was? Ich will das nicht hauen. Aber es ist doch mein Freund. Ich... Ich wollte meinen Freund jetzt nicht. Also... Hm. Das tut mir jetzt natürlich ein bisschen weh. So... So von Freund und so. Oh. Oh. Das tut weh. Ich wollte das nicht. Oh. Und was haben die Bildchen jetzt zu bedeuten? Mich zieht es doch jetzt einfach aus der Welt raus, wenn ich da jetzt... Na ja, gut. Was haben die Bildchen jetzt zu bedeuten? Aha. Mafia's Grand Voyage... Voyage. Huh. Huh. Hh. Gott ist das gut. Hhh. Hh. Hh. Da ist die Mafia hier aufgetaucht. Und haben einfach mal das Land eingenommen. Böse Mafia. Okay. Ich schaffe es diesmal die richtigen Tasten zu drücken. Ich bin ja nicht so sicher. Headflare. Claim oder Reroll. Wir claimen das mal. Das hat drei Sterne. Das ist bestimmt gut. Halte Leftwecker, um das nächste Zeitstück zu finden. Dieses Flair ist sehr selten. Aha. Drei Sterne heißt sehr selten. Hätte ich mir denken können. Ist das jetzt einfach nur eine andere Variante von meinem Hut? Das habe ich doch schon gesehen. Das weiß ich doch schon. Nein. Doch, es ist eine andere Variante von meinem Kids-Hut. Nur noch die gleiche Fähigkeit. Halte Leftwecker, um das nächste Zeitstück zu finden. Sieht also dann nur cooler aus, ja? Ah, ich kann auch den anderen gar nicht mehr tragen. Ich habe jetzt automatisch den an. Also, ich mache das hier. Okay. Ich verstehe. Oh, wie habe ich das... Oh, nein. Ich habe die Falsch-Taste gedrückt, ne? Ja, was? What? 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 Okay. Alles klar. Ich... Äh... Geh warte hier rein. Ne, warte. Nein, nein, nein. Wir setzen das nächste zusammen. Natürlich. Mehr Zeitress-Action. Juhu. Noch ein Schatz von dem komischen Planeten. Plopp. Du spürst eine kurze Störung in diesem Raum, aber es ist wahrscheinlich nichts. Okay, den Raum kenne ich noch nicht. Tja, welcher Raum ist das jetzt? Mini-Zug und Vögel. Das sieht aus wie eine kleine Version von dem Zug, den die Vögel nutzen, um zur Arbeit zu kommen. Sind da kleine Vögel drinne? Machen sie kleine Filme? Ich habe keine Zeit, um mich mit der kleinen Vogelgesellschaft zu beschäftigen. Hm. Ist da wieder ein Gag, den ich nur auf Deutsch nicht verstehe? Verstehe ich ihn auf Englisch noch weniger? Ich sollte übrigens immer nach rechts drücken. Dann kenne ich direkt zu Englisch und nicht über Japanisch gehen. Das sieht aus wie eine kleine Version der Trenn, die die Vögel benutzen, um zu arbeiten zu arbeiten. Sind da kleine Vögel drinne? Sind da kleine Vögel drinne? Hm. Nö, verstehe ich nicht. Macht ja nichts. Ach, ich kann nicht über den Rand. Ich muss also über Japanisch immer gehen. Cool. Gut, dass wir das geklärt haben. Dankeschön. Gut, dann machen wir jetzt hier mal auf. Äh, wir machen jetzt hier mal auf. Ah ja, das ist der hier. Okay, cool. Energiemaschierung und wiederhergestellt. Das Kapitel. Kampf der Vögel ist jetzt ver... Ah. Achso. Und Dot ist jetzt ein Zeitriss in diesem Kapitel. Ja gut, aber da wir da noch nicht, da wir das noch nicht kennen, möchte ich das erstmal noch nicht angehen. Was mit dir? Nö, alles gut. Nö, alles gut. Nö, klar. Nö, klar. Nö, klar. Ich hoffe, mein Tuch ist bereit, bevor du verlassen. Ich will sehen, wie großartig ist. Ich will sehen, wie großartig ein Tuch ich kann, wenn ich einen Alienstow benutze. Okay. 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 Das geht jetzt nicht, also geht nur der goldene Tresor. Alles klar. Das heißt, es gibt wohl auch noch goldene von diesen Zetteln. Die man finden kann. Die man finden kann. Aha, da ist er. Null von vier. Null von vier. Okay, ich kann mich da nicht ranhängen. Heh. Ja. Never mind. Wie soll ich die denn jetzt finden? Die können ja überall sein. Und vielleicht brauche ich erst eine Fähigkeit, um hier über die Dinger zu gehen. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Wir können uns hier einfach so ein bisschen noch umgucken und vielleicht haben wir Glück und finden die zufällig. Ja gut, oder wir finden einfach was zu dem Blauen. Das geht natürlich auch. Cool. Das wollte ich übrigens nicht. Aber wo soll ich denn jetzt wissen, wo die goldenen Tinger sind? Da ist der Blaue. Oh yeah. Mehr Garren für mich. Aber noch kein neuer Hut. Aber sobald ich ein neues Garren finde, habe ich dann auch einen neuen Hut. So muss man das ja auch sehen. Das geht also auch ganz gut. Sehr schön. Was haben wir hier? Nichts, wo ich rein könnte. Was bist du? Auch nichts. Du bist Deko. Okay. Also ich habe das Gefühl, ich kann noch nichts machen mit dem goldenen Tresor. Was allerdings komisch wäre trotzdem. Bitte? Bitte? Okay. Ich glaube, es geht los. Da ist wieder so ein Haken. Vielleicht muss ich wirklich erst in die andere Welt, bevor ich hier weitermachen kann. Aber da wäre es ganz schön, wenn ich das Spiel das auch mitteilen würde. Bisher hat das Spiel es nicht unbedingt für nötig gehalten, mir das mitzuteilen. Deswegen gehe ich davon aus, dass ich sie trotzdem holen kann. Ich weiß halt nur nicht, wo ich die finde. Wenn ich einen finden würde, wird es ja schon reichen. Dann wüsste ich ja zumindest schon, dass es grundsätzlich möglich ist. Da ist mehr Garn. Komme ich irgendwie da hoch in das Garn? Hier nicht. Von hier aus nicht? Das ist ja okay. Ach, wann wir jetzt erst gesehen? Hier die Truhe. Uh, neuer Schatz. Haben wir natürlich das Gegenstück noch nicht dazu. Macht aber gar nichts. Dafür kommen wir jetzt hier an das Garn. Oder was das ist. Könnte auch ein Geschenk sein. Auf jeden Fall ist es ein Collectible. Nein, es ist ein Garn. Nein. Lost and Found. Dress Blue ist... Okay. Ich habe halt noch nicht ein einziges gesehen. Aber wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass man die so Stück für Stück von da oben aus holen muss. Also das ist wirklich... Wait. Hat der was Neues für mich? Hat der was Neues für mich? Ach, nicht schon wieder. Ja, das, äh, ne? Kennen wir jetzt auch schon. Ja, 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 quietsch. Hast du was Neues für mich? Wenn du was hast? Heilige Scheiße, du hast was. Anti-Abprall-Anstecker. Du preist nicht meine Wände ab, wenn du einen Hechtsprung machst. Du stirbst nicht durch einen Treffer. Du stirbst durch einen Treffer. Was? Warum sollte ich das tragen? Kostet 500. Bestopf deine Ohren, damit du nur noch leichtes Nuscheln hören kannst. Okay, was? Kann ich hier eh alles nicht leisten. Okay, cool. Schön, dass wir darüber geredet haben. Kann ich da hoch? Will ich da hoch? Nö. Ich gehe mal wieder mehr in Richtung Mitte. Ich könnte mir vorstellen, dass die goldenen Dinger sich so ein bisschen in der Mitte aufhalten. Ich könnte auch mal gucken, ob denn nicht vielleicht mein Hut mir den Location, eine Location anzeigt. Das habe ich mir gedacht, dass das nicht reicht. Ach so! Der hätte ich einfach reingekonnt. Ja gut. Tut mir leid. Bin halt dumm. Okay, wie komme ich da rein? Ach so. Juhu! So viel Garen. Das heißt, sobald wir den nächsten Hut finden, haben wir auch direkt ihn fertig, theoretisch. Das ist ganz cool. So, wie komme ich jetzt wieder ganz nach oben? Hier, ne? Sehr schön. Also. Hier ging es praktisch los. Hier ist der goldene Safe. Wechsel mal den Hut. Ach so. Das hilft mir also leider nicht. Wie gesagt, diese komischen Haken kann ich aus irgendeinem Grund noch nicht nutzen. Oder ich kann es und weiß es noch nicht. Ich glaube es irgendwie nicht. Aber ich meine, auch wenn ich jetzt da rüber käme, von da aus geht es ja auch irgendwie nicht wirklich weiter. Wo sind goldene... ...dinger. Und wie komme ich hin? Hat das was mit diesem Turm da zu tun, der, wo diese Haken rüber füllen? Ich hoffe nicht. Wenn ich so halt definitiv nicht da hinkomme. Hm. Warte mal. Das geht also nicht. Da ist ein blaues zumindest drauf. Da haben wir jetzt schon zwei blaue. Aber da oben ist halt auch nichts... ...kein goldenes. Deswegen. Ich glaube, da will ich gar nicht hin. Das bringt mir gar nichts. Wenn was ich weiß ist, der blaue ist, glaube ich, hier unten. Irgendwo da ist der blaue gewesen. Genau, da ist der blaue. Also sobald ich die zusammen habe, die anderen. Ein blaues fehlt ja nur noch. Ach, da ist es ja. Kann ich zum blauen Safe gehen und gucken, was da drin ist. Ich nehme an, einen Schatz oder sowas. Das heißt, im goldenen wird halt ein, äh, Dings drin sein. So eine Zeituhr, Sanduhr. Ja. Und verrätst mir auch nicht, wo ich hin muss, ne? Du bist doof. Ich habe halt noch nicht ein goldenes gefunden. Wenn ich wüsste, ob die in der Nähe sind von diesen Dingen. Da würde ich ja eher so da oben bleiben. Ich finde halt nicht eins. Ja gut, ich laufe schon so ein bisschen vorbei durch die Gegend. Das ist natürlich true. Das ist natürlich true. Aber wie gesagt, diese Haken reagieren nicht auf mich. Also mit denen kann ich aktuell nichts machen. Ich hoffe mal, ich brauche die für die Mission nicht. Das wäre halt ein bisschen doof. Lass den armen alten Mann in Ruhe, ihr blöden... Tschö. Juhu. Mehr Garen. Sieh schon, komm, der nächste Hut braucht einfach 100 Garen oder sowas. Das wäre es ja. Ist das ein goldener? Nein, das ist ein roter. Verdammt. Ich könnte die goldenen... Also würden die goldenen vielleicht speziell leuchten oder so? Oh, da ist noch ein roter. Oh, da ist noch ein... Hier sind alle roten. Also die sind sowohl die blauen als auch die roten sind jetzt ziemlich nah beieinander gewesen, muss man sagen. Das muss man schon mal zugeben. Das heißt ja eigentlich fast schon, dass das goldenein wirklich da oben sein muss. Harre. Gehen wir halt wieder hoch. Das macht mir halt nur Sorge, dass da diese Dinger dann in der Nähe waren. Mit denen ich nichts anfangen konnte. Das ist ja Haken. Das ist ein ziemlich großer Haken auf jeden Fall. Das ist ja Haken auf jeden Fall. Wir können auch mal gucken, ob wir hier oben weiterkommen. Hier irgendwo was goldenes ist. Zieht aber halt jetzt nicht so lange aus, ne? Dann möchte ich jetzt mal... Ja, genau, hier. Hier hoch. Ich möchte zum Beispiel mal eines von den Dingern finden. Das wäre für das erste schon ganz okay. Ah, das ist dort, wo wir den einen Typen verfolgt haben, ne? Genau. Der so ein bisschen crazy drauf war. Was ist da drüben? Was ist das und wie komme ich da hin? Finde ich aus ja irgendwie nicht so. Nein! Wo hast du euch denn wissen, wo die goldenen Dinger her sind? In der Nähe scheint es ja doch nicht zu sein. Verdammt. Na, egal. Don't go me on the nerve. Was ist das? Oh, was öffnet das? Und wie öffne ich das? Ich brauche zwei Sachen zum Draufsetzen. Wo kriege ich die her? Ist hier was zum Tragen? Nee. Ach, die Bälle, natürlich. Also hoffe ich jetzt mal, dass der schwer genug ist. Hoch. Cool, einen Riss-Touch. Stimmt, wir haben noch gar nicht die Hauptmaschine gefunden. Weiß noch gar nicht, wo das was das sein soll. Weder was noch wo. Ich weiß, wie immer, gar nichts. Das sind noch mehr von diesen komischen Haken. Das war nicht so günstig. Das gibt's doch nicht. Das ist hier ein grüner. Ja, soll. Ich werde wahrscheinlich alle, äh, gleich alle Scheine gefunden haben, außer die goldenen. Vor allem scheinen die ja immer relativ zusammen zu sein. Wenn man dann mal in der Richtung ist. Moment, da kann ich rein, oder? Das ist ein cooles Secret. Das ist ein cooles Secret. Was? Nein! Oh mein Gott. Krieg ich das nochmal? Krieg ich das nochmal? Wirklich nicht? Das ist ja jetzt blöd. Darauf war ich nicht vorbereitet. Na gut. Oh Gott, das war... Oh. Oh Gott, das war... ...meeres Tokens. Hm. 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 50 Minuten ist natürlich nicht so gut. Wir sollten das einfach beim nächsten Mal weitersuchen. Also es scheint nicht in einem normalen Abschnitt zu sein, weil jetzt bin ich relativ alles abgelaufen, glaube ich. Also fast alles. Und habe dabei die anderen Tresore gefunden. Aber nicht der, den ich eigentlich finden wollte. Nicht den, den ich eigentlich finden wollte. Tja. Machst du nichts? Ich habe halt echt Bedenken, dass es mit den Haken zusammenhängt. Ah, das wird nichts. Aber das wäre ein bisschen ungünstig, weil das sagt halt das Spiel einem nicht. Das wäre irgendwie uncool, wenn man jetzt irgendwas nicht machen kann, nur weil man was nicht hat, von dem das Spiel einem nicht sagt, dass man das braucht. Das finde ich nicht so cool. Aber ich glaube auch nicht, dass das Spiel das macht. Deswegen. Lol. Versuchen wir mal darüber zu dem Leuchtturm zu kommen. Aber ich glaube auch dafür brauche ich die Haken. Die ja scheinbar noch nicht funktionieren. Hierfür brauche ich das da. Das geht auch nicht. Ja, guck mal, da brauche ich auch so komische Haken. Ja, hier. Keine Ahnung, wie ich da rankommen soll. Hm. 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 Von selber ranhängen hat sie ja auch keinen Bock. Das kann ich auch verstehen, hätte ich auch nicht. Hm. 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 Ist die Röhre bewusst so grün? Ich möchte da mal gerade ganz schnell nach ganz nach oben. So viel Zeit muss noch sein, dann hören wir auf. Mit dem Part. Äh, okay. Ach so, die ist einfach, hier geht die rum, die Röhre, ja? Okay, alles klar. Hm. Au. Ah, wir sind wieder ganz oben. Das ist ja auch was wert. Auch wenn wir so jetzt noch nicht gefunden haben, wonach wir wirklich suchen. Und zwar nicht mal ein einziges. Das ist halt nicht so cool. Wir sind bestimmt alle oben drauf hier. Das wäre im Übrigen auch gar nicht cool. Aber warte mal, von hier aus könnte ich trotzdem gucken, ob ich dahin komme, wo mich die Haken hinführen würden. Nämlich, welcher, welcher Ort ist denn das? Gut, wo ist das denn? Nee, da nicht. Ah, Kamera. Lebe. Da auch nicht. Was ist das denn? Oh, das war der, der Dings von oben. Da, den, den Turm meine ich. Den, auf den, den Urturm will ich drauf. Das müsste ich doch auch von oben hinkriegen. Klopp. Der ist dann ja in der Richtung. Ach, das ist der Turm. Okay. Okay. Ich bin dran vorbei, ne? Aber dann käme ich auf die andere Weise auf den Turm drauf. Okay, aber dann würde ich sagen, den goldenen Ressort gucken wir uns das nächste Mal nochmal an. Ich hoffe, ich kann nicht einfach hier ein Level verlassen. Ja, mit Speichern. Perfekt. Sehr schön. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und beende auch die Aufnahme. Wir haben schon mal einiges von dem Spiel gesehen. Es gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Das sollte man aber gemerkt haben. Und ja. Vielleicht gehen wir doch nächstes Mal direkt in die Vogelwelt. Vielleicht kriegen wir ja da was mit den Haken zu tun hat. Das wäre vielleicht ganz gut. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.